Musik Hallo meine lieben Zuschauer, schön dass ihr wieder eingeschaltet habt. Bei einer weiteren Folge geht ihr online auf der PS3. Wieder mal ein Tuning-Treffen, pur. Und diesmal haben wir eine Quest-Challenge, die dürfen mich alle kaputt fahren. Bis ich aus dem Wagen aussteige, bis mein Auto kaputt ist. Dann dürften die mich überfahren, also töten. Der Erste, der mich getötet hat, hat das dann gewonnen. Okay, dann fangen wir mal an. Der Styler. Hallo Styler. Schön, schönes Auto. Danke. Weiter geht's. Dann geht der nächste durch Shaki. Shaki. Hallo Shaki. Was geht bei dir? Cooles Auto. Schönes Auto. Dann ist da Maiden ran. Maiden. Hallo Maiden, was geht bei dir? Schönes Auto. Schön lang. Schön flach. Cool. Dann der nächste. Zoe. 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 Da ist Zoe. Zoe. Weiß nicht genau, wie man das ausspricht, aber okay. Cool. Schönes Auto. Schön schwarz. Dann der nächste. Wer ist noch dabei? Der Rockstar. Energy. Rockstar Energy. Wo ist er? Wo ist er? Oh, mein Logo ist auf dem Auto. Schön. So, der nächste dann. Dödel. Dödel. Hallo Typ. Was geht bei dir? Du läufst so komisch. Hast du deine Hose gemacht oder was? Dödel. 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 Hallo Dödel. Cool. Cooles Logo. Ja, danke. Schön. Der nächste gleich. Der Leo. Leo ist dabei. Hallo. Oh, das war zu schnell. Schön gelb. Oh, mein Logo ist auch drauf. Cool. Madrid. Haben wir auch noch dabei. Madrid. 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 Ah, das ist da Madrid. Hi, Madrid. Geht da mal aus dem Weg. Stellt dich irgendwo hin. Da ist genug Platz. So. Äh, Leo, geh mal da weg. Gut. Dann. Leo. Ähm. iMix. Hacker. iMix Hacker. iMix Hacker. Wo bist du? Aus dem Weg da. Aus dem Weg. iMix Hacker will da vorbei. Madrid. Geht da weg. Madrid. Weg da. Aus dem Weg. Madrid. Madrid. Warte mal. Spielt fort. Achso. Oh. Ist weglaufen. Hat Angst. Gut. Dann der nächste. Golf. Golf ist dabei. Der kommt. Und. Ich höre ihn schon. Ui. Das war wohl nichts. Aus dem Weg. Gut. Der nächste. Der Carbox. Carbox ist dran. Hallo Carbox. Schön lila. Gefällt mir. Ist das ein Citorno? Ne, ne? Gut. Bitte aufhören zu drehen. Der stört. Eisenfaust. Eisenfaust. Wo bist du? Da bist du ja. Yeah. Schön. Blaues Auto. Biest. Biest ist dran. Immer schön. Daumen hoch, Leute. Für die Videos. Danke. Biest. Wo bist du? Da ist er. Grüner Wagen. Dann der nächste. Fighter. Noch zwei Leute. Fighter ist mit dabei. Yeah. Fighter. Fighter. Fighter 55. Super. Immer Daumen hoch. Ja. Und den hier. Okay. Dann der letzte. Boy ist dran. Boy. Super. Jetzt haben wir alle. Einen Sportwagen. Cool. War schön in der Ecke da, wa? War schön. So. Jetzt fahre ich erstmal weg. Zehn Sekunden. Dann dürft ihr mir folgen. Dann geht die Crash Challenge los. Warte mal. Ich steck mal ab. Oh. Hä? So. Wo fahren wir denn lang? Da fahren wir lang. Gut. Ich fahre erstmal vor. Oh. Die Mare pängt. Einen Moment. Okay, dann geht's los. Go. Ich hoffe, das dauert heute lange. Ich hoffe, die kriegen mich nicht. da kommen sich schon alle. Über die Hügel da hinten. Weg hier. Die kriegen mich nicht. Ich bin hier oben. Oh. Oh. Oh je, je, je. Oh. Ich bin hier. Das wird lustig mal wieder. Oh. Er kommt hier hoch. Er hat keine Chance. Ich bin Sportler. Ich bin Sportler. Da kommt schon wieder jemand. Nein. Wer holt sich den Titel? Oh, danke schön. Du hast weg. Nein. Keine Chance. Oh, die Frau. Die hat Probleme. Malz ist ja bald schon kaputt Los weg Mir tut schon alles weh Gut Erstmal weg hier Zu gefährlich Oh Gott Wie er kommt Erstmal in Sicherheit Oder auch nicht Lass mich erstmal wieder aufsteigen Aufsteigen Das war schön Das war schön Das war schön Das war schön Das war schön